Hi ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im RAV Projekt mit dem Pet Action an meiner Seite. Moin Moin! Hi! So, wir machen hier weiter. Später ähm... Später der Hi. Apropos Hi, ich hab gar keinen Speer mehr. Meiner ist aber auch schon fast verworft. Ansonsten läuft unser RAV hier richtig gut. Wird immer größer unser Floß. Wir wollen jetzt heute auf jeden Fall wieder in See stechen. Und wir wollen heute Oglnest bauen. Oglnest. Das mussten wir, glaub ich, noch erforschen. Wieder braun. Aber die Federn kriegen wir noch, wenn wir schon ne Möhme getötet haben, oder? Wir dürfen nicht gleich Zeit kriegen. Riesenmuschel... ...bitte noch. Da hier... Da hat er ja eine, aber ich glaub, die haben wir verbrochen. Also, wir sollen mal weiter. Also, ich weiß nicht, wo... In einer Truhe hat man mal Riesenmuschel. Bis die abhandengekommen. Abhandengekommen. Ich hör schon wieder Mut. Und das ist viel. Kann man auch töten? Mhm. Aber ich hab das noch nicht hingekriegt. Auch wohl mit dem Sperr oder so. Kann man das hinkriegen. So, da hatte ich doch gerade wieder einen Freeze. Jetzt würd mich natürlich mal interessieren, ich hab den MSIA auf der Burner mit an, ob man dann nachher wohl irgendwie sehen kann, was das gelegen haben könnte. Was? Ein Afterburner? Afterburner. MSI Afterburner. Ich hab das vergessen. Also... Hier fehlt uns das. Der Haye ist da eben unterwegs, ne? Weggefuttert. Ich hab kein Plastik mehr, ich hab dir alles gegeben. Wollen wir mal kurz vor dem MSI gucken, ne? Wenn man die Dings... Oder was? Ich hab nein. Ich habe kein Plastik mehr. Geht gleich losgeräutet. Kein Warnick. Was denn? Gebt hier Gedenksekunde einhalten bitte. Ich versuche jetzt gerade nochmal den FC nochmal zu starten. Wie macht man das noch, dass man das Gemüse hier hinlegen kann? Hm? Ich muss da reinlegen. Wie ist das mit mir gedacht? Das ist jetzt... Zwischen oben wirklich das Ganze. Du ist falsch. Ich brauche... So zu. Die Oben. Die Stechen. Die können wir mal schlafen bitte. Machen. Die kochen. Klanken? Ja. Welche? man soll ja nicht mit langen fett gehen sonst auch immer so sind sie immer auf ihn warten muss ja dann macht er noch da alles nicht richtig vorbereitet ist alles nicht gepostet die ganzen palmen ja hier hast du auch erstmal gesehen wasser drinnen doch der eine muss voll sein hast du das beides leer gemacht aber ich habe noch eine ganz volle flasche mann 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 war meckern oder was ist schon eine wand gebaut kürzlich warum sind hier zwei posten mitten in der mitte das muss wahrscheinlich Ich kann die zweite Etappe einzigen. Fauch. Was ist noch? Auf immer. Sonst auch immer links. Na? Ja gerne. Hallo. Okay. Alles rein. Da auch nur jetzt. Die Palme sind auch mega riesig. Die ist aber auch direkt mit Sonnenaufgang. Ja, dann Anker richten. Der ist jetzt ab. Ne, das ist ein bisschen blöd sowas. Ich habe doch gerade Suppe gekocht. Da ist ja immer nur eine. Ja und? Kannst du ein so ein Tonding haben? Ne, das ist nur für einen. Du kannst ja nur alleine essen. Und danach mehr kochen. Auch, dass du den gegessen hast. Aber tatsächlich. Ich habe noch zwei Schalen. Und noch ein Meckernicht. Fürchtelig. Ich habe jetzt noch ein bisschen Kronen von hier oben. Bitte sag Bescheid, falls du wegschwimmst. Was haben wir Sande noch gehabt? Kalt. Also wenn du Natur nichts mehr ist, dann ist... Ich habe ein bisschen was geschmolzen für Glas. Ich habe hier aber eine Kiste. Mit einem Wasser. Oh. Ich habe hier aber eine Kiste. Oh. Du bist immer in die Tauung, ne? Nee. Ich habe mich auch die ganze Zeit um Wasser und Nahrung und sowas gekümmert. Auch haben wir. Aufschauen, wo ist der oben? Es waren zwei Haie. Das ist schon wieder. ob es unsere fluss ist ganz schön groß netze wieder ordentlich aussagen können verangebaut und das ist alles geerntet aber nichts gepflanzt ja aber das muss repariert werden kannst du das machen weil ich kein plastik und hammer wenn ich hier ich kann ja aber ich kann es trotzdem nicht reparieren oder 15 prozent gesundheit rechte maus auf dem hammer dann musst du gucken diesen hammer mit dem flusszeichen aus das ist funktioniert ja da konnte ich vor nicht reparieren ich bin hier in der treppe ich finde und das schwimmt richtig viel an ich bin hier noch eine seite vorbei ich bin hier in der treppe Ich wollte jetzt aber ein Vogelnest. Vogelnest? Das wollten wir eigentlich. Mangos können wir... Achso, Mangos sind große Bäume, ne? Mhm. Nein. Stimmt, ich wollte wieder ein Schwerer machen. Hier kommt doch kein Plastik rein. Hast du jetzt gerade? Ja, muss ich auch. Da ist er. Ich kämpfe jetzt mit dem Osten ab. Ich fass genauso schnell. Cool. Hey, das ist super. Das ist mal ein Klick. Viele Sachen hier auch sammeln. Macht Spaß. Ja. Kommt schon. Weiter. Ich verstehe mir ganz gerne ein Schwerner. Oh, mal, ne. Passwas. Weiß ich wirklich nicht. Ich muss einfach mal erst mal ein Trinken kommen. Oh, ja ich weiß, das ist ja sehr wichtig. Schauen wir mal mal. Schauen wir mal. Das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr so, was wir machen können. Das ist ja gar nicht mehr wenn es da rauskommt. Oh nein, also. Wie? Diese Mülle wissen wir schon wieder nach? Was ist denn da? Ich war das doch. Haben wir da irgendwas gesnackt hier? Ob sie ja nicht... ...vertrieben ist. Wie bitte? Die Möbel vertrieben. Alles voll Bier. Los werden. Los, los. Richtig schön angeschwommen. Mit so einem Palmen, da kommt auch richtig viele Möbel. Na, ich guck. Hm. Eigentlich auch mit der Axt, ähm... Können wir angreifen? Angreifen. Mühe. Ein Inventar schon wieder komplett... ...voll... ...alles rum. Unglaublich. Soviel Zeugs gesammelt. Ob, Bauteile? Hier, ne? Pack ich mal Platten rein. Platten. Flossen gehe ich jetzt aktiv immer auf Ei-Jagd. Und zwar baut die Flossen, aber... ...fangen ganz gute Fleischlieferanten ein. Wie bitte? Nee, ist ja auch mit Ei-Jagd. Das stimmt. Wollen wir dann nochmal komplett neu ein? Oh, frisches Wasser. Salzfasser? So. Plattform bauen wir noch. Richtig, oder? Einfach mal zu den Kokosnüsse fordern. Und du könntest ja wohl haben. Ich will jetzt wegen Zugpilz. Einmal mehr. Wenn ich jetzt noch die Sauerstoffflasche zu... ...bauen, oder? Was brauchst du dafür? Zu den Glibber? Ich brauch das erstmal. Ein bisschen. Du musst ja einfach nur dran vorbeilaufen und die ganze IT drücken. Das ist echt cool. Deswegen haben wir ja so viele Netze gemacht. Ich hoffe auf der einen Seite geht nichts. Weil... Also wenn du dich gerade leer gemacht hast, dann ist Hammer viel vorbei, genau. Ja, hab ich schwer. Wer kommt? Oder... Südflügel? Die Scheißmöbel war schon wieder da. So, ich rausgegucken. Guck. Was dir gefehlt wird. Aber kommt. Da hab ich hier mal ne Runde. Da high. Der schwimmt da vorne irgendwo. Da 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 da. Da 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 da. Wer denn kommt? Ich denke. Vorne war der. Also der ganz vorne. Können wir die da mit reinpacken? Zum wässern? Genau. Vorne. Also ganz vorne ist da wo du die Hütte baust. Das ist vorne, oder? Das ist eine Insel. Hör mal kurz. Da hinten ist ein Flos. Da hinten ist ein Flos. Ich kann's sehen. Soll ich da mal schnell hinschwimmen? Du musst es erst einen Anker setzen. Kannst du denn einen Anker setzen? Wo in welche Richtung? Mal kurz bis wir auf gleiche Höhe sind. Ich schwimme da gerade in die Richtung. So schön unterwegs? Ja. Schimmel. 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 Tschüss. Nettlich kennst du gern. Hey. Hey. Ich. Ich würde dich lieber um unser Flos. jetzt wird auch rohnig hier. Oh, Früchtekamport. Achso haben wir schon. Aber, ne. Soll ist jetzt. wieder zurück die möbel war wieder da und der high greift mich die ganze zeit an haben wir kippen weil das ist ich glaube schon in der nächsten folge dann danke ich euch fürs zuschauen lasst ein like da und kommentiert fleißig und dann sehen wir uns am breiter